Hallo Leute, heute ist der 2. August, der 2.8.2020. Heute ist Sonntag, wir waren zum Mittag bei Freunden Krill. Das war echt lecker und es hat zur Nachspeise Teramisu gegeben. Das meinte ich sowieso besonders. Und es war ein schöner Nachmittag, also bis knapp 3 sind wir geblieben. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann hat mein Vater Formel 1 geschaut und ich habe mich mit dem Computer beschäftigt. Und meine Mutter stickt die ganze Zeit. Ähm, von Osterdeckel bis zum Tischläufer, alles mögliche. Ähm, mir geht es heute ganz gut. Ich habe ein bisschen Zahnweh, aber es geht. Und ein bisschen Kopfweh, das geht auch. Ähm, morgen am Montag muss ich wieder früh aufstehen, weil die Volkshilfe kommt. Aber morgen kommt keine Assistenz. Tore sehe ich jetzt 2 Wochen nicht. Bis zum 14. August. Und ich bin ganz froh, dass ich mich mal ein bisschen erholen kann. Weil nächste Woche ist Claudia dann auch, also Sonja dann auch im Urlaub. Also die Woche drauf, die nach dieser Woche, die jetzt kommt. Die nächste Woche ist ja auch im Urlaub. Und dann habe ich gar keine Assistenz. Und bin ganz froh, dass ich die Zeit für mich habe. Hoffentlich wird mir nicht zu langweilig, aber ich glaube nicht. Ähm, ich habe heute nicht viel gemacht. Ich habe heute nicht zu langweilig, wie wir nach Hause gekommen sind. Ich habe mich nur vor dem Computer gesetzt. Ein paar geraucht und versucht nicht zu entspannen. Ich habe schon wieder so einen nervösen Darm. Aber ich weiß nicht warum. Es gibt eigentlich kein Grund dafür. Seit halb vier regnet es. Oder vier. Genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich hatte heute hier einen großen eitrigen Mitesser. Der, der beim Trübefahren schon aufgegangen ist und ausgelaufen ist. Ähm, sonst bin ich ziemlich müde. Und sehr träge. Ähm, es gibt nicht viel Neues. Ich habe dann an einem Sonntag. Ich freue mich auf Freitag. Da kann ich zuerst. Und jetzt bin ich komplett frei. Und jetzt bin ich sehr sicher. Ein bisschen wenn ich gerade habe. Ich will ganz wie viel Autor helfen. Und jetzt bin ich selber nicht zufrieden. Und jetzt bin ich sehr gut dran. Und jetzt bin ich nach Hause gewesen. Ich bin ganz klar. Da möchte ich nicht mehr so gut machen. Und jetzt bin ich zuerst die Dasselbe zuerst. Aber jetzt bin ich mir ganz klar. Und ich bin ganz klar. Ich bin quasi dran. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Und sonst ist es eigentlich heute nichts gewesen. Naja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, Ari Ines.